So, das sind schon wieder ein paar Sekunden verschwischen. So, jetzt probiere ich das nochmal. Ich probiere das jetzt so oft. Gibt es nicht hier noch eine Wand? Nö. Nein! Oh, keine Gruppe. Kleine Schöne Lappen. Sie hält sich nicht mehr so. Sie hält sich nicht fest. Mann, ey, wie soll ich das denn, das zu machen? Ey, wieder schnell die Schüsse, oder? Nö. Höp. Ungesprungen. Das regt mich jetzt richtig auf. Merkt er das? Ey. Zuwollstehen. Aber warum? Das schafft die nicht. Was ist denn das für ein Kackenbratz? Oh, das ist gerade übel. Okay, gut. Ich denke mal, dass ich jetzt hier wirklich beenden muss, weil er extrem hackelt. Warum springt er nicht? Ich mache das jetzt noch einmal. Und wenn das jetzt immer noch nicht klappen sollte, dann, ja, kein Problem. Ne, sie ist so doof. Sie ist eindeutig zu doof. Okay, keine Ahnung, wie ist das Problem? Ja, genau. Jetzt können wir eigentlich schon wieder mit dem anderen Profil weiterspielen. Aha, ich freue mich. Ähm. Nein, da bin ich zwar nicht so weit mit dem Fortschritt. Das ist aber egal. Äh, aber da bin ich. Habe ich das ja irgendwie geschafft. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt hier nicht schaffe. Das ist mir jetzt eigentlich auch scheißegal. Ich bin jetzt einfach wieder das Profil Alpha. Ja, dann beende ich hier mal die Aufnahme und dann werde ich die Videos so auf wiedersehen. Haut rein, auf und out. Pssssss.